Das ist Mirka. Das ist Mathieu. Zusammenführen sie das Weisse Rösli. Das Restaurant Weisse Rösli an der Bäderstrasse in Zürich. Mathieu kocht und Mirka bedient Gäste im Service. Das machen sie sehr gut, sodass sie schon seit ein paar Jahren konstant Go-Mio-Punkte für ihre Arbeit bekommen. Seine Küche beschreibt Mathieu Backon gerade selber. Meine Küche ist, dass wir Frischprodukte arbeiten. Herrlich, spontan und unkompliziert. Herz und Seele müssen dabei sein. Leidenschaft. Und man muss immer Spass haben bei dem, was man macht auch. So fasst Mirka Reich ihre Leidenschaft für den Service zusammen. Das Essen ist auf sehr hohem Niveau. Die Menüs sind saisongerecht und überrascht immer durch die Kreativität. Alles auf dem Teller ist schön und liebevoll angerichtet. Das Interieur im Restaurant ist dezent und angenehm. Der Gastraum bietet Platz für Gruppen und verfügt über eine Bar. Die beiden Gastgeber wollen immer das Beste für ihre Gäste. Das weisse Rösschen an der Bäderstrasse in Zürich ist sehr zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.